Das folgende Video ist nicht für Personen unter 18 Jahre geeignet. Und Leute, das ist so unser typischer Alltag, über was wir normalerweise so reden. Ihr wolltet ja so ein bisschen wissen, über was wir normalerweise so reden. Also, ja, viel Spaß beim Video über unseren Alltag. Wir sind ver- 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 Hey, Leute, wie es geht? Hier ist wieder der Hebner von D-Badish-Socken. Und mit dabei ist auch wieder der Beni. Ja, grüß die Leute! Hihi, entgeg mir! Ja, Leute, herzlich willkommen zu neuen Minecraft-Champ-League. Mit dabei heute der liebe Kobi. Ja, ja, ich bin's. Moin. Und ja, einfach... Grüß an Fabi, wenn ihr das seht. Ja, Fabi, ich habe sehr gewünscht, dass heute noch ein Video kommt. Deshalb, hier ist deine tägliche Dosis. Und ja, ähm, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr weiterhin, ähm, das wollt, dass täglich, äh, das... Oh, Mann, ich fehle bei einem Easy-Part, ähm, dass täglich ein Video kommt. Oder, oder, ja, wollt ihr einfach, dass jetzt wieder alle zwei Tage kommt, dafür halt auch besser bearbeitet und so. Und ja, genau. Also, ich denke, ich könnte das jetzt schon noch schaffen, dass täglich ein Video kommt. Ach, komm, ich fail doch bei einem Easy-Part, wo ich sonst nie fail. Das ist so richtig fail. Ich bin bei Part 2, oder du? Noch eins. Ja, oder? Heute machen wir die Challenge. Ja, wenn es schweizisch. Denn wir sind... Wapp, wapp, wapp. Ja, das ist nicht der erste Rage. Halt's, Maul. Wenn ich jetzt schon so anfange, dann will ich gar nicht wissen, wie das endet. Wenn dann das Schleimy-Part kommt. Ich hab durchgehend... Oh, der Galsch. Die Junge, bitte zentriert, dass ich raus. Nein. Oh, 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 oh. Ich bin hier schon bei Moodle 2, und du? Oh, 4. Denkst du, du kannst was? Mehr als so. War ganz... Ach, Mann. Ich krieg gleich ein... Ach, Mann. Ich reiß mir gleich mein Schwanz raus. Twitter. Ich reiß mir Schwanz. Ich twitze... Schau mir an. Also, ich bin hier schon bei Moodle 5. Oh, nein. Moodle 5 ist das Upfucker-Modul, das nie einer schafft. Ich hab den letzten Sprung nicht geschafft. Ja. Nein. Den Scheißleitersprung nicht geschafft am Ende. Nein, Mutter. Bei Mutter. Leute, die Runde wird richtig nice. Wahrscheinlich haben wir noch Haker und Rasenien. So wahrscheinlich. Deine Mutter ist hässlich und stinkt nach Fußball. Mama, du stinkst und stinkst nach Fußball, sagt Kobi. Leute, die Eltern sind nicht zu Hause. Er hat gerade mit seiner Mutter gesprochen und gerade hat er sogar ein Kürbiskehrenbrötchen gegessen. Ich weiß, das weiß sogar, weil ich groß und stark werden will. Wie lange soll das dauern, deiner Meinung nach? Die Wahl drauf, dass jetzt ein Kommentar von Jojo kommt. Und wenn ihr, Leute, wenn in den Kommentaren ein Kommentar von MrMadWayTV kommt, und ihr seht, ja, das stimmt, die Aussage bei XY, dann könnt ihr, dann schreibt ihr mal, in der Tat. Jetzt musst du das eigentlich einblenden, in der Tat? In der Tat verlängert Alpertin den Haarwuchs bei einem Schwanz-Twitter. Ja, man muss mal so, so einen Haarwuchs für den Schwanz-Twitter. Das kommt bei den Mädchen gut an, Alter. Scheiße, ich muss mich konzentrieren, ich habe keine Ahnung. Ja, ich kassiere auch alle nur mit meinem Ping. Obwohl, der ist gar nicht so gut auf Playmanity. Und es leckt sogar gerade bei mir. Ja, hi. Hi, hi, Kobi. Okay, ich habe schon zwei Kills. Halbes Herz. Ganz ehrlich, ich habe schon wieder ein halbes Herz. Komm her, scheiß Yoshi. Oh, Yoshi wurde von Andi getötet. Und das war wieder Andi. Oh, ich bin tot. Geh weg, wenn du da bist. Geh weg. Los. Ja, raus. Ja, gut, Leute. Das war es mit der heutigen Folge, Jumpli. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Schreibt rein. Ob es euch gefallen hat. Hier seht ihr noch die Mistgebot Akara Kobi. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder schön mit Öl.